Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, Folge 11. Und wir haben gerade mitten in der Nacht und sind an einem Strand und schauen jetzt mal, ob hier jemand wohnt. Hier ist auf jeden Fall eine Wornmuschel und da ist jemand. Gut. Ich hoffe, er ist uns gut gesinnt. Ich bin mir nicht sicher. Er kämpft, glaube ich, gerade gegen irgendwas oder macht zumindest irgendwie solche Bewegungen. Klappen wir schon. Ja, doch. Scheint uns nett gesinnt zu sein. Sieht wie ein Pirat aus. Dann speichern wir mal kurz und reden mal mit dem. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem kleinen Klima hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir noch mal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Corinnes. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Du bist ein Pirat. Ja, wir sagen ja. Wir sagen mal, ja, natürlich. Ja, natürlich. Jetzt fällt's mir wieder ein. Ehrlich? Du hast wirklich schon von mir gehört? Ach du Scheiße! Ich hatte mir schon überlegt, in die Stadt zu marschieren. Ein Glück, dass ich das nicht gemacht habe. Die Miliz hätte mich sicher sofort in den Knast gesteckt. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem wird die das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben. Wenn wir uns nicht mehr haben, solltest uns aufzusuchen. Die Insel Corinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt dadurch. Es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Eine Menge Einwohner werden vermisst. Und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Ah, verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kran. Naja, das eine oder andere war schmutzig. Aber irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pakt, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinis. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werd dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt. Wie ist denn der Hund noch mal? Ach, mir fällt der Name von dem Kran nicht mehr ein. Nicht ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Wande in diesem Teil von Korinis finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Nein. Dann werde ich's dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt, äh, Onar. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt treib mir auch sein Name wieder an. Boxta. Er macht das nichts aus, oder? Wenn ich ihm mal das Zeugs nehme. Was er hier so liegen hat. Oh, hier ist wieder eine Steintafel. Sehr gut. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen sehr dunkel ist. Und wir haben gerade mitten in der Nacht, halb eins. Ich weiß nicht, ob es sich aber lohnt, jetzt eine Fackel anzumachen. Weil wir schon gleich bestimmt sowieso wieder an Land. Und dann geht die Fackel natürlich aus, wenn ich dann ins Wasser wieder gehe. Also würde ich das mal vorerst lassen. Okay, da ist ja ein Warhammer. Ja, dann lasse ich die Gegend mal. Und dann schwimmen wir mal wieder zurück in die Stadt und erkunden mal weiter. Wir haben ja noch einiges, was wir noch nicht gesehen haben. Gut, ich hoffe, ihr seht jetzt wieder gut. Oh, das war knapp. Fast wieder im Wasser gelandet. Vielleicht können wir vorher nochmal kurz zu der einen, die für uns Fischsuppe macht. Vielleicht können wir gerade noch einen Fisch dahin bringen. Die ist ja hier an der Seite. Äh, da? Nein. Na gut. Dann nicht. Das war doch klar. Wer sagt denn sowas? Taverne. Noch eine Taverne. Hoffentlich kommen wir da rein. In die andere dürfen wir ja noch nicht. Aber scheint so. Koragon. Regis. Der Regis. Valentino. Und Bartok. Gut. Gehen wir mal mit allen. Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Tja, einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem Ganzen selber gestohlen worden. Ja, super. Weiß ich natürlich, was ich da frage. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Hand... Tja, vielleicht nimmt... Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg. Aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen. Aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Harkon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Ja, wir wissen ja wahrscheinlich, wo wir rein müssen. Also ich vermute mal stark, dass es schon bei diesem Tor war. Aber wir brauchen einen Schlüssel, um da reinzukommen. Wie viel Gesindel rum. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, habe ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich habe ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Tja, letztens wurde Bospa einer seiner Bögen gestohlen. Am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Was ist denn, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Hm, zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich. Das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut. Aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Fälle behalten und an Bospa verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Später. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Trokar ist ein hervorragender Jäger. Wo ist denn Freund Trokar jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Trokar sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? So viel ich weiß, irgendwo am Hafen. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihnen ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Hey! Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ braucht einfach was aufs Maul. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Vermutlich. Na gut. Ja, dann speichern wir nochmal. Reden mal mit Valentino und schauen mal, was mit dem los ist. Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt. Verspreche niemandem etwas. Nimm dir, was du kriegen kannst. Und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern. Die sind die schlimmsten, sage ich dir. Na gut. Wenn wir den angreifen, bekommen wir wahrscheinlich Ärger. Also, lassen wir das mal. Ja. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Dankeschön. Noch knapp 100 XP brauchen wir. Dann haben wir wieder ein neues Level erreicht. Stufe 3 dann schon. Immerhin. So. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so günstig, so mitten in der Nacht, den Marktplatz sich anschauen zu wollen. Aber dann können wir ja auch mal einfach eine Runde schlafen gehen. Und morgen uns das hier alles anschauen. Ich glaube, das machen wir auch. Genau, ich bekomme ja auch Ärger, wenn ich hier reingehe. Ja, da draußen stehen noch welche. Am Freibierstand. Vielleicht können wir mit dem noch reden. Hier, Rengaru. Hey. Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Hört sich, dass sich jemals ändern? Wer sagt denn sowas? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Hey. Ich hab was anderes gehört. Hey. Hey, wie sieht's aus? Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmigen. Was will man mehr? Du arbeitest für die Paladine? Ja, ich mache ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Zur Zeit ist alles ruhig. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Ich weiß gar nicht mehr, dem man noch glauben kann. Das hab ich schon gesagt. Willst du noch ein Bier? Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Wer muss die Arbeit hier machen? Ich hätte das anders gemacht. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Naja, also eventuell haben wir ja schon einen Ork gesehen. Ihr Bewohner von Korinis, auf ausdrückliche Anordnung. Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Weihnacht im Kloster versorgt. Ich habe sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Koragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat und Kardev, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Und er kann mich auch mal zum Kloster bringen. Das sehen wir uns so später auf. Herold. Störe mich nicht, ich bin im Dienst. Achso. Ich bin Harkon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prallte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Zeig mir deine Ware. Schaut euch mal es jetzt an. Ich glaube, wir haben 20 Stärke, oder? 20 Stärke und 20 Geschicklichkeit, so ungefähr. Und ich meine hier, da ist die Stärke sogar höher als der Waffenschaden. Hier ist es gleich. Hier ist die Stärke auch höher als der Waffenschaden. Hier ist es gleich. Also schon ganz schön, ganz schön stark. Also ganz schön, ganz schön viel Stärke nötig. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Hanna. Das ist die letzte, mit der wir jetzt noch reden. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Na gut, das wissen wir. Wer übernachtet hier zur Zeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denkt nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will hier keinen Ärger haben. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Geigenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Na gut. Dann beende ich jetzt diese Folge an dieser Stelle doch mal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.